Viel zu häufig kommen Transpersonen erst in ihrer Jugend mit dem Thema in Berührung. Da jedoch in der frühen Kindheit wichtige Identitätsbildungsprozesse ablaufen, es ist unsere Aufgabe als Erwachsener, den Zugang zum Thema Trans früher zu gewährleisten. Mein Name ist Katharina und mit meinem Projekt zum Thema Transidentität möchte ich Kindern früh vermitteln, dass Trans eine Normvariante der Geschlechtervielfalt ist. Um mehr zu erfahren, besucht meine Seite Bücherpädagogik auf Instagram.